Warnung! Feindkräfte nähern sich! Machen Sie weiter! Sie sagen mir, dass wir noch eine Chance haben. Sie haben sich in der Name mit in die Arschung ges Magazine und hier ganz viel mehr Frusten zur Verfügung! Sie haben außen die Fall in das Verschwiegeln, aber ich habe den Sinn, und die Angehörigen werden können, dass wir Sie auf der Seite sprechen. Sie sagen mir was, dass wir nicht in das Verschwiegeln haben. Sie sagen mir nicht, dass ich nicht in der Tat an содrücken wollte. Sie sagen mir im Angehörigen nicht mehr, dass ich das jetzt nicht in den Angehörigen lesen bin. Sie sagen mir nicht. Sie sagen mir nicht, wir stehen nicht in den Hörigen. Dann werden Sie nicht in die Sache, und Sie sagen mir nicht mehr, es ist ein Sprechmeln zu stellen. Kommen Sie klar? Patrouille, hier Zentrale. Unter der Highline nahe Dyer findet in einem Parkhaus ein Waffendeal der Rikers statt. Sie müssen das Material sichern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können tun, was wir wollen. Egal was. Ich muss mich bei niemandem entschuldigen. Der ZDF ist tot! Keine Zeit! JTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Gegner nähern sich! Warnung! Feindkraft nähern sich! Warnung! Sprengvorrichtung oder entdeckt! Warnung! Feindkraft nähern sich! Erprovisierte Sprengvorrichtung entdeckt! Warnung! 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 Das tut weh. Gute Arbeit. Die JTF ist schon unterwegs, um diese Waffen ins Safehouse zu bringen. Fiest auf der Deko! Agent, Sie müssen die Überwachungskameras bei der Highline finden und sie wieder online bringen. Ich habe sie für bevorstehende Castings genutzt. Und ja, man kann sie auch anderweitig verwenden, aber das hat mich wirklich weitergebracht. Und unseren Dienst für die Bevölkerung natürlich auch. Sie wissen schon. Ende. DER DÖSELF DER DÖSELF Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Was ist das? New York ist nicht mehr, was es mal war. Schlage dir ein paar Schädel an. Die JTF macht mir keine Sorgen. Oh, shit! In there! Fuck. Rekonda! 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 Vielen Dank. Ihr Einsatzziel wurde aktualisiert. Aktivieren Sie das Energie-Relais. Bestätigung. Lokalstromnetz online. Ich habe mich hier. Er lebt. Eine einfache Risiko-Gewinn-Rei... Einsatzziel-Daten wurden aktualisiert. Aktivieren Sie das sekundäre Energie-Relais. Das ist die Grenzausläche. Wirklich, die sich hier im Nachschlager so angehört. Das ist eine Zacheusläche, die Sie anbieten. Er ist ein Teil des Wunschstances. Wir spielen drei ja damals. Er ist ein Teil des Wunschstances. Wir spielen, der sie mit in der Strecate. Es gibt viele Verwandte. Passe aus. Für das ist eine Zacheusläche. Aber es ist ein Teil von der Knie-Spannung. Bestätigung, lokalen Stromnetz online. Gute Arbeit und wir wissen das zu schätzen. Ich wollte noch sagen, dass unsere Kostümabteilung ein paar gute Ideen für Spezialagenten-Outfits hat. Falls Sie deinen Kontakt brauchen, fragen Sie mich einfach. Die Kostümabteilung ist die Kostümabteilung. Die Kostümabteilung ist die Kostümabteilung. Hm. Ich nehme, was ich kriegen kann, solange es geht. Ach, verdammt ist das kalt. Ich soll es mal rein. Ich muss das kalt. Ich muss das kalt. Okay. Jetzt werde ich wohl noch ein wenig durchhalten. Hau ab, wenn dir dein Leben lieb ist! Weg hier, Granate! Das war ein Schuss. Gehen wir das hinter uns! Zuna, drück! Drei, Drei, Drei! Drei, Drei! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Ohne Sie hätten wir die nicht ausschalten können. Das war's für heute. Es ist Harz. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war's für heute. Sie betreten einen sicheren Bereich. Das war's für heute. 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 Was zum Teufel ist da draußen los? Das war's für heute. 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 UNTERTITELUNG Agent, gute Arbeit, wie immer. Aber falls Sie darüber nachgedacht haben, gebe ich Ihnen einen Rat. Behalten Sie Ihren derzeitigen Job. Sie sind offensichtlich ein hervorragender Agent. Und es gibt unglaublich viele arbeitslose Schauspieler. Die Division braucht Sie dringender als irgendein Fernsehsender. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Alles klar, mein Freund? Peace. Warten Sie mal Hilfe, sagen Sie Bescheid. An alle Einheiten. Zivilisten werden in der Unterführung 39. West und 10. angegriffen. Wir brauchen dort Hilfe. Wir wissen alle zu schätzen, was sie tun. Ausrecherichtung. Nein! Nein! Oh! 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 JTF-Verstärkung anfordert. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich! Schießt weiter! Ich hab was für dich! Gut, dass Sie das machen. Hey, nicht schlecht. Gut, dass Sie zu uns halten. Gut, dass Sie das machen können. Gut, dass Sie das machen können. S.A.R.A. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ohne Sie wären wir jetzt tot. Wir greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Fahrt los! Wir brauchen uns, dass wir nicht abhauen! Drück ab! Wir machen hier wieder! Feuer frei! Traktisch! Die Gegenzeit auf! Wir werden nie hergekommen! Aufpassen! Sauber! Aufpassen! Hier bin ich wieder! Da steh' ich auf! Passt auf, dass ihr nicht da seid! Oh mein Gott! Feuer frei! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Fahrt los im Arsch! Dann rinnen Sie weg! Aufpassen! Hör zu! Die Kürze! Die Kürze! Ein Mordsschuss! Kürze! Das ist ein Kürze! Der Kürze! Sie haben sie bis! Gut, dass Sie aufgetaucht sind! Gute Arbeit. Sie haben meine Jungs befreit. Ich weiß sie immer mit dabei zu haben. Ich weiß sie immer mit dabei zu haben. Das erinnert mich irgendwie an eine Szene aus Staffel 2 meiner Serie. Also falls Sie Hilfe brauchen, lassen Sie es mich wissen. Ich habe sie an der Deuer bei der Arbeit gesehen. Und wie meinst du, soll uns das genau helfen? Ich vernagel damit die Tür. Dann kommt keiner rein. Hast du noch nie einen Zombie-Film gesehen? Ich weiß nicht. Das geringste Ziel sieht nicht gut aus. Ich hoffe, die ist nicht geladen. Ich base nur darauf, dass mir jemand quer kommt. Ich bin ein grosser Weg. Ich bin ein verdiks pledge. Ich bin ein verdiketer. Ich habe es nicht überprüft. Ich bin ein verdiketer. Ich bin ein verdiketer. Geh! Okay. Oh, ja. Kämpfe! Das wird ein leichtes Opfer! Wir haben leichtes Spiel! Du verdienst das Mann! Wir sind hier fast fertig! Wir haben ihn! Du gehörst hier nicht her! Was dauert das so lange aus? Steh nicht! Steh nicht! Steh nicht! Holden! Aufhören! Los! Los! Es ist jetzt vorbei! Ey, das ist unser Haus! Nicht nachlassen! Nicht nachlassen! Ja! Tut was zu tun! Hinter uns! Vorsicht, Jungs! Nicht nachlassen! Schöne! Ach! Wer ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Verstanden, Agent. Gute Arbeit. Wir sind wirklich ein super Team, wir beide. Das ist so aufregend. Ich kann gar nicht verstehen, warum die Kritiken so schlecht waren. Wie auch immer, Ende der Durchsage. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.